willkommen zurück zu darksiders folge nummer was haben wir 58 heute hier bei dem zweiten von diesen seelenwächtern wenn wir den besiegt haben wird der zweite von ich glaube drei strahlen aktiviert werden obwohl wenn man auf die karte guckt vielleicht auch nur zwei müssen wir mal schauen und wir machen ihn jetzt platt ich will noch mal ganz kurz gucken wen leveln wir haben doch gerade die sense richtig die ist fast voll ja wir leveln gerade die sense und alter werden dieses wutbuch das ist so krass na dann steh mal auf freundchen jetzt geht sie ja richtig an den kragen wir wissen ja schon wie die funktionieren die typen die portale sind zu oh shit machen wir hier steckt irgendwie fest weg hier weg hier weg hier ne ne ok so müssen wir hier warten und dann gucken dass er hier drauf haut damit er das portal befreit komm her au a ouch in klima ne nicht nur mal doch kacke du solltet darauf bauen Oh Mann Wie kriegen wir das denn hin, dass der hier so draufhaut Komm her, Freundchen Autsch, hat er das befreit? Er hat es befreit Können wir hier auch zwei Portale draufsetzen? Mist Oh nein Völlig egal, ein so ein Boden und ein Loch reicht Oh Mann Ich krieg ihn noch nicht down Ich krieg ihn noch nicht down, warum nicht? Warum kann ich nicht angreifen? Oh, Alter, der hat uns einfach umgenockt Okay, also Das raffe ich jetzt noch nicht so genau, warum wir nicht raufkommen Komm, steh auf So Ja, ja, mach deinen komischen Schwinger Komm her, hol aus Ja, genau Und zack Das reichte So, scooten Nein, ich hab doch getroffen Warum nicht? Hä? Ich kann keine Portale machen Ich weiß nicht warum, aber hier kann ich keine Portale machen Dann machen wir hier weiter Kann ich jetzt auch nicht? Doch, jetzt ist da eins Na gut Hol aus Hol aus zum dicken Schlag Ja, genau Danke, Freundchen Oh, warum nicht? Ah, okay, wenn er da drauf ist Doch, jetzt hab ich's So Bäm Treffer Nummer 1 ist gesetzt Achso, ich muss ihn ja noch vermöbeln Ganz vergessen Oh, er rastet aus Ach ja, stimmt Dann macht er ja den dicken Mega-Schwinger Moment, wir gehen mal zum dritten Teil Ich muss auch neue Portale setzen Okay, aber erstmal muss er jetzt Ja, genau Und Swoon Autsch Okay, das war nicht so geil Also hier muss ein Portal hin So Und dann, ähm Ah, nee, das muss ich dann setzen Jetzt komm her, du blöder Das ist doch nix So, machen wir nochmal hier, komm Ach da Alter Ja, genau Was ist denn da los? Wie viel Damage der macht, ey Nimm mich nur Ein paar Mal erwischt So, komm her Ja Ha Kann ich jetzt nicht Zack Und So Treffer Nummer 1 ist mal wieder gesetzt Diesmal bevor er uns getroffen hat Zack, 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 zack Und wir sind ausgewichen Sehr schön So, dann komm mal her, Freundchen Stehen wir halbwegs mittig Ja Alter, das war fies Okay, zwei Portale Eins hier Und eins hier Nein, nochmal Nein, ich hab B gedrückt Ich schwöre, ich hab B gedrückt Alter, du rastest ja auch wieder aus, ey B, B, B Oh, man kann ihn auch wieder so kriegen So, Treffer Nummer 2 ist gesetzt Zack Okay, hier kann er uns bestimmt nicht kriegen, oder? Sweet Oh, Mann Oh, Mann Das ist nicht so fies, ne? So, und Treffer Nummer 3, der letzte Treffer Jetzt haben wir dich, du fettes Stück Und tschüss, Mann Frisst deine eigene Kette Ja, wie schmeckt dir das, hä? Roms, Alter Ha, 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 ha Boah, der war Eine ganze Nummer härter als der letztes Mal Und die Seelen fließen wieder In den Seelenstrahl In den Seelenstrahler, wie auch immer Wir haben nur 2 von 4 Plattformen aktivieren lassen Boah, und jetzt hoffen wir mal, dass wir Okay Achso, nee, stopp, 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 stopp Nein, 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 nein Ich hab das Portal vergessen Verzeihung So Und runter So, ah, hier sind jetzt Spiegel, okay Alles klar, wir schicken den Strahl erstmal hierher Alles klar So, und jetzt sind hier also Spiegel Also der leitet Das, kann ich den jetzt drehen oder irgendwas? Nee, der leitet das einfach nach da Ist die Schatztruhe frei? Ja, jetzt ist die Schatztruhe auch da Okay, das war die Schatztruhe, die uns gefehlt hat Dann ist hier der Spiegel und dann Ah, damit können wir das umlenken Der muss hoch Der muss so bleiben Der muss runter? Nee Also der ist ja sowieso fix Und der strahlt da hin Das heißt, wir probieren das mal aus Okay, wir brauchen natürlich wieder unsere Den Kollegen hier, unsere Kreuzklinge So, also du kommst jetzt Da hin Wo strahlst du dann hin? Da unten Das heißt, du sollst runter Dann strahlst du da hin Achso, und dann musst du auch runter Okay Fahr mal wieder hoch Danke Danke Also was wir brauchen ist Erster Hit Die, warte, wie war das doch? Nee Nee, äh Nee, äh Nee Nee Knack... Ah ja, okay Erster Hit Zweiter Hit Und der dritte Da So Wunderbar Das hat es hier Äh, aktiviert Unsere Faxen Okay, dann können wir weiter Geil Jetzt auch noch mit Spiegeln Spiegelrätsel Oh, unser Handzug ist ein bisschen zerfetzt, oder? Ach, ja Müssen wir uns einen neuen machen lassen Wenn wir hier fertig sind Wenn wir die Welt vor dem Untergang bewahrt haben Da vorne sehen wir schon das Portal Können wir das schon aktivieren von hier? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht Oh, doch Poff, Portal ist aktiviert Aber wo muss es jetzt hin? Ähm Da müssen wir mal gucken Also hier kann ich jetzt Sicherlich runter Da geht das Portal hin Und Den Strahl müssen wir Oh Gott, wo müssen wir Da ist doch eine Truhe Da ist... Nein, wir haben die Truhe doch noch nicht Ich will die Truhe holen Wie kommen wir an diese Truhe ran? Es ist mir ein Rätsel Wirklich Das ist ja schon zu hoch Shit, wie kommen wir da ran? Also einfach durch die Wand durchlaufen können wir nicht Das geht nicht Aber wenn ich jetzt so hingucke, da sehen tue ich jetzt auch nichts, wo wir da lang könnten Merkwürdig Sehr, sehr merkwürdig Da muss es hin Ist da irgendwo ein Portal gegenüber? Äh Achso, mit Spiegeln Jetzt müssen wir auch noch mit Spiegeln spielen Also an dem Kollegen hängt unten ein Spiegel dran Ja, dann können wir ja schon mal Zu dem Freundchen hier hin So Also an dem hängt ein Spiegel dran Wie ist das denn bei den anderen? Da hängt überall ein Spiegel dran, ne? Das heißt, wir können ja schon mal Wahrscheinlich Das Portal Da hinsetzen Shit Jetzt ist natürlich Ähm Verkehrt Was spawne ich denn, wenn ich hier runter falle? Äh Was war denn das jetzt? Okay, also den brauchen wir, so Dann können wir runter Und dann können wir von hier aus erstmal da so einen Schuss hin machen So, jetzt haben wir den Strahl schon mal unten Alles klar Müssen wir noch die Spiegel ausrichten Na toll, dafür brauchen wir Portale Ähm Ja, dafür muss der jetzt runter Oder ich mach das mal so Ich schau mal, was passiert, wenn ich den anderen nehme stattdessen Okay, dafür müsste der jetzt noch hoch Was passiert denn, wenn ich den wegnehme Da dann einen hinsetze Den wieder wegnehme Da wieder einen hinsetze Der ist ja gar nicht hoch genug Ist ja überhaupt ein Spiegel drunter Da ist auch gar kein Spiegel drunter, oh Mann Na gut, dann nehmen wir den nochmal weg Machen den da hin Und dann Ja, muss da jetzt natürlich ein Spiegel drunter Ah Kriegen wir denn da jetzt einen Stein drauf Ich glaube, ich muss nochmal den Checkpoint neu machen Ich muss nochmal nach oben, sorry Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was da passiert Ich will's gar nicht wissen, ich frag gar nicht So Äh, ich grübel nochmal in der Folgenpause drüber nach Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Und dann leiten wir den Strahl dahin, wo er hingehört So, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao